Karma. Das Gesetz von Ursache und Wirkung. Was ist Karma? Was ist das Gesetz des Karma? Was sind die drei Phasen des Karmas? Welche Untergesetze des Karmas gibt es? Und was ist der fünffache Sinn im Leben? Om Namah Shivaya und herzlich willkommen zum Vortrag über Karma Gesetz von Ursache und Wirkung. Mein Name Sukadeh von www.yoga-vidya.de. Dies ist ein Vortrag im Rahmen der Vortragsreihe Reinkarnation, Astralwelten und Karma und dies ist eine Vortragsreihe im Rahmen der ganzheitlichen Yoga-Vidya-Schulung mehrere hundert Vorträge zu allen Aspekten des ganzheitlichen Yoga. Auch ein Begleitvortrag für die zweijährige Yoga-Lehrer-Ausbildung. Zunächst also die Fragen, was ist Karma? Dann möchte ich auch sprechen über kollektives Karma, über Schuld, Sünde, Sühne, Unrecht, Leid. Ich werde sprechen über, gibt es richtige und falsche Entscheidungen, Freiheit oder Determinismus und letztlich, wie du die Bande des Karmas überwinden kannst mit uneigennützigem Dienen. Karma ist eines der Grundkonzepte im Yoga-Vedanta-System. Und man findet das Karma auch in ähnlicher Form in anderen Aspekten des Yoga. Wir finden es im Buddhismus, wir finden es im Taoismus, wir finden es in der westlichen Esoterik und wir können es auch angedeutet finden in der Bibel, im Alten und Neuen Testament und in vielen Lehren vieler Kulturen. Ich möchte es jetzt aber besonders auf Yoga-Vedanta-Richtung beschränken. Zunächst Gesetz des Karmas. Das Gesetz des Karmas besagt, alles, was man jetzt erfährt, hat irgendwo einen Sinn. Leben ist eine Schule, Schicksal ist Chance. Alles, was kommt, hilft uns, uns weiterzuentwickeln. Vielleicht erinnerst du dich in dem Kontext an die sieben spirituellen Prinzipien, über die ich auch schon mal gesprochen habe und die ich auch in meinem Buch Karma und Reinkarnation genauer beschreibe. Dort gehört eben Karma zu den sieben spirituellen Prinzipien. Dort heißt es eben, das, was du erlebst und erfährst, hilft dir zu wachsen. Nutze es. Statt zu schimpfen über das, was du erfährst, sei dir bewusst, was kommt, sind Aufgaben. Leben ist Schule, Ereignisse sind Aufgaben. Schicksal ist Chance. Das Zweite, was das Gesetz des Karmas besagt ist, was du tust und wie du handelst und mit welchem Motiv du handelst, hat eine Auswirkung auf das, was du zukünftig erfährst. Was jetzt kommt, ist also da, damit du wächst. Das ist das Sinn des Karmas. Und wie du jetzt handelst, das hat eine Auswirkung auf das, was du künftig zusätzlich zu deinen bisherigen Aufgaben auch bekommst. Gesetz des Karmas ist sehr komplex. Es gibt ein Missverständnis zum Karma und ein gerade auch in Indien verbreitetes Missverständnis, wo man Karma einfach nur interpretiert als Belohnung und Bestrafung. Tue ich was Gutes, passiert mir was Schönes. Tue ich was Schlechtes, passiert mir was Schlechtes. Und wenn ich was Gutes erhalte, muss ich was Gutes vorher getan haben. Wenn ich Leid erfahre, muss ich etwas Schlechtes erfahren haben. Diese Interpretation des Karmas ist nicht die Interpretation des ganzheitlichen Yoga. Krishna wendet sich in der Bhagavad-Gita dagegen, Patanjali wendet sich im Yoga Sutra dagegen. Und so haben die alten Yogameister schon vor Jahrtausenden immer wieder gesagt, darauf beschränkt sich das Karma nicht. Es geht weniger um ein Belohnungsbestrafungssystem, umso mehr geht es darum, spirituell zu wachsen, Leben als Aufgabe zu interpretieren und nicht als Belohnungsbestrafungssystem. Karma hat mehrere Phasen und über diese möchte ich jetzt sprechen. Die drei Phasen des Karma. Die drei Phasen des Karmas sind Agami, Sanchita und Prarabdha-Karma. Sanchita ist der Speicher des Karma. Alle Aufgaben, die du in der Zukunft noch bekommen wirst, alles was du noch erfahren musst, das ist Sanchita-Karma, ist wie der Speicher eines Karmas. Dann gibt es Prarabdha-Karma. Prarabdha-Karma ist das Karma, das du jetzt empfängst und auch das Karma, was schon begonnen hat, Früchte zu tragen und was du erfahren wirst. Agami-Karma ist das neue Karma, das du jetzt erzeugst mit deinen Gedanken, mit deinen Worten und mit deinen Handlungen. Was du also jetzt erfährst, ist Prarabdha-Karma. Was du jetzt tust, erzeugt neues Karma. Und noch viel Karma, wartet auf dich. Wie aus Agami über Sanchita Prarabdha-Karma wird, darüber sprechen die fünf Gesetze des Karmas, die fünf Untergesetze des Karmas. Die fünf Untergesetze des Karmas. Die fünf Untergesetze des Karmas sind direkte Gesetze, Gesetz der Gedankenkraft, Gesetz der Kompensation, Gesetz der Evolution und Gesetz der Gnade. Es sind fünf unterschiedliche Ursache-Wirkungszusammenhänge und fünf Untergesetze, die zeigen, wie Sanchita entsteht, wie es zu Prarabdha wird und wie wir selbst neues Karma schaffen können. Die direkten Gesetze des Karmas. Die direkten Gesetze des Karmas sind die Gesetze, die für die modernen Menschen heute selbstverständlich sind. Was du physisch tust, hat eine Auswirkung darauf, was geschieht. Also man könnte sagen, das sind direkt zusammenhängende Gesetze. Wenn ich ein Buch nehme und es hochwerfe und ein Kopf unten ist, dann habe ich anschließend eine Beule am Kopf. Da muss ich nicht lange überlegen, warum geschieht mir das? Wenn ich bewusst das Buch hochwerfe und es fällt mir auf dem Kopf, gut, dann habe ich eine Beule. Und alles, was wir an physischen Gesetzen haben und was die Physik erforscht, könnte man als direkte Gesetze bezeichnen. Für das menschliche Leben sind dabei drei besonders wichtig. Es gibt die Gesetze der Gesundheit, der Kommunikation und des beruflichen Erfolges. Natürlich, Gesundheit, Kommunikation, beruflicher Erfolg hängen nicht nur ab, was du auf der physischen Ebene machst. Aber im ganzheitlichen Yoga berücksichtigen wir auch diese Ebene. Für eine gute Gesundheit braucht es die richtigen Körperübungen, richtige Atmung, richtige Entspannung. Es braucht eine gesunde Ernährung und auch Meditation und positives Denken spielen auch eine Rolle. Hier verstanden als direkt wirkend auf über Hirn und Neuronales Netz und Immunsystem auf den physischen Körper. Also all das, was die moderne Medizin auch sagen würde. Gesundes Leben ist wichtig und wenn du krank bist, dann auch das tun, was dich wieder gesund macht. Was aber über physische Prozesse verstehbar ist. Das sind also die direkten Gesetze der Gesundheit. Angenommen, du rauchst jeden Tag 40 Zigaretten und du hast dann im Alter von 40 Jahre Atemknappheit und chronische Bronchitis. Da musst du nicht überlegen, wem habe ich was Böses angetan, damit ich diese chronische Bronchitis kriege. Die hast du wegen dem vielen Rauchen. Oder angenommen, du bewegst dich nie, du verlässt dein Zuhause kaum und du bekommst dann irgendwo alle möglichen Gelenkprobleme, Bluthochdruck und vielleicht auch Niedergeschlagenheit. Brauchst du auch nicht lange zu fragen. Ich war doch nicht zu sagen, ich war doch immer so nett. Du hast die physischen Gesetze der Gesundheit nicht beachtet. Daher führe ein gesundes Leben. Und auch hier gilt Agami, Sanchitan, Prarabda. Denn nicht immer hat das, was wir physisch tun, sofort eine Wirkung. Die erste Zigarette, gut, die hat sofort eine Wirkung, dass du hustest. Die meisten Menschen, die regelmäßig Zigarette rauchen, nach 1, 2 Monaten haben sich dran gewöhnt. Negative Auswirkungen spüren sie erst später. Jede Zigarette gibt zusätzliches Agami, Karma und Sanchita und irgendwann erntet man das als Prarabda. Und das geschieht dann alles in einem Leben. Anderes geschieht auch schneller. Wenn du jeden Tag zwei, drei Tafeln Schokolade isst, kommt ein Blutzuckerspiegel durcheinander. Du nimmst zu und du kannst durch alle möglichen auch Emotionen und physische Krankheiten kommen. Also beachte die direkten Gesetze der Gesundheit. Dann gibt es die Gesetze der Kommunikation. Wenn du unfreundlich mit anderen Menschen sprichst, dann wird auch das immer wieder zu etwas führen. Angenommen, du erlebst es immer wieder, egal in welchen Kontext du kommst. Nach einer Weile vereinsamst du oder wirst von allen abgelehnt. Vielleicht stimmt in deiner Art der Kommunikation etwas nicht. Vielleicht solltest du dort etwas überlegen. Nicht ein schlechtes Karma und irgendwo beklagen, sondern kannst du überlegen, wie kann ich in meiner Kommunikation mit anderen Menschen besser werden. Eine Freundlichkeit schafft auch direkt Agami-Karma. Und gibt es genügend Freundlichkeit zu anderen hinein? Sanchita-Karma und sie werden freundlich zu dir verrückt sein. Prarabdha-Karma. Es sei denn, es gibt anderes Karma, was dagegen steht. Genauso auch beruflicher Erfolg. Beruflicher Erfolg beruht nicht nur auf direkten Gesetzen, aber auch, wenn du immer der Letzte bist, der zur Arbeit kommt und der Erste, der geht, dann brauchst du dich nicht über die Ungerechtigkeit der Welt zu beschweren, wenn du bei der Beförderung übergangen wirst. Und wenn du bei einem Bewerbungsgespräch nicht weißt, wie du dich präsentieren kannst, dann brauchst du dich nicht zu wundern, wenn du nie einen guten Job bekommst. Wenn du beruflichen Erfolg haben willst, dann gilt es, das Spiel mitzuspielen. Und alles, was du dort tust, um dich einzusetzen und vielleicht auch andere darüber wissen lassen, dass du dich einsetzt, ist wie eine Einzahlung auf Sanchita-Karma und das hat dann eine Neigung zum Erfolg zu führen. Keine der direkten Gesetze wirkt ausschließlich. Du kannst auch sehr gesund leben und trotzdem krank werden. Du kannst ein tolles Unternehmen aufbauen und plötzlich macht es Pleite. Du kannst sehr freundlich mit einem Menschen umgehen und plötzlich verlässt er dich trotzdem. Es liegt eben nicht alles nur in den direkten Gesetzen. Es gibt vier weitere. Nächste Gruppe von Gesetzen sind die Gesetze der Gedankenkraft. Die Gedankenkraft besagt, deine Gedanken sind auch Kräfte. Wenn du dir etwas Bestimmtes vorstellst, ist das eine Kraft. Wenn du etwas denkst und gibst dort Energie hinein, dann ist das eine Kraft. Samishivananda schreibt ja in seinem Buch die Kraft der Gedanken, dass Gedanken die stärksten Kräfte überhaupt sind. Denke ständig, dass du Misserfolg hast und male dir den Misserfolg ausreichend aus. Das allein ist eine Kraft, die Misserfolg erzeugen kann. Gedanke wird das Agami-Karma. Es dauert eine Weile, bis es Wirkung hat und dann kann Misserfolg kommen. Denke positiv, schicke positiven Gedanken hinein, schicke Licht hinein, vielleicht auch Mantras hinein. Dann schaffst du damit auch positives Karma. Es sammelt sich eine Weile, bis es stark genug wird, bis der Erfolg kommt. Genauso kannst du auch die Kraft deiner Gedanken nutzen für Gesundheit und du kannst auch die Kraft deiner Gedanken nutzen für positive Beziehungen zu anderen Menschen. Das dritte Gesetz des Karmas ist das Gesetz der Kompensation. Manchmal wird das Gesetz des Karmas nur als Kompensation verstanden. Was heißen soll? Tu etwas Schlechtes und du wirst das Schlechte erfahren. Tu etwas Gutes und es wird zurückkommen. In diesem Sinne, wenn du jemanden verletzt, dann wird diese Verletzung auf dich zurückkommen. Der Sinn davon ist auch, dass du lernst, wie es sich anfühlt von jemandem verletzt zu werden. Und dass du hoffentlich lernst, nein, das will ich einem anderen nicht zufügen. In diesem Sinne heißt es, was du nicht willst, was man dir tue, das füge auch keinem anderen zu. Oder auch, wie du in den Wald rufst, so schallt es auch zurück. Also dieses Gesetz der Kompensation ist auch ein wichtiges. Tu Gutes, Gutes wird kommen. Und umgekehrt, wenn dir jemand etwas Schlechtes tut, du musst dort keine Rache üben. Im Alten Testament wird irgendwo gesagt, mein ist die Rache, spricht der Herr. Karma wird schon sich darum kümmern. Du brauchst jetzt nicht anderen eine Lektion zu erteilen. Tu du das ethisch Richtige. Aber du musst das anderen nicht heimzahlen. Dafür ist das Gesetz der Kompensation als Teil des Karmas da. Auch hier würde wieder gelten, du tust jemand anderem etwas Schlechtes. Das wird zum Sanchitta-Karma. Und irgendwann wird dir dieses Schlechte wieder begegnen. In diesem Leben oder in einem nächsten Leben. Viertel Gesetz des Karmas und vielleicht das Interessanteste von einem spirituellen Standpunkt aus, ist das Gesetz der Evolution. Und das besagt, dass es Sanchitta gibt, das du gar nicht selbst individuell erzeugt hast. Sanchitta-Karma ist hier alles Karma, was als Lernlektion für dich da ist, bis du zur Erleuchtung kommst. Sanchitta-Karma bedeutet hier, Gott, das Göttliche, hat einen Plan zur menschlichen Entwicklung. Und dabei gibt es Lernlektionen. Und dazu gehört jede menschliche Erfahrung, jede zwischenmenschliche Erfahrung, die überhaupt denkbar sind, die musst du irgendwann machen. Man könnte sagen, Menschen haben dort für tausende von Leben Sanchitta-Karma. Natürlich hoffen wir, dass wir die meisten schon hinter uns haben. Und sogar das Sanchitta-Karma fängt nicht mit Mensch an, sondern beginnt bei den Tieren. Es gibt Yogaschriften, die sagen, dass man durch 8.400.000 Tierinkarnationen geht, bevor man erstmals Mensch wird. Und dann als Mensch hat man weiter jede Menge Sanchitta-Karma, dass man Schritt für Schritt als Prarabdha-Karma bekommt. Und je nachdem, wenn man die Lektion verstanden hat, gelernt hat, dann ist es erledigt. Wenn man auf diese Lernlektion nicht richtig reagiert hat, dann geht sie zurück in Sanchitta-Karma. Das heißt, das nicht richtig reagieren auf die Lektionen des Lebens. Das heißt, man schafft neues Agami-Karma. So ähnlich, wie wenn ein Schüler seine Hausaufgaben nicht erledigt, dann muss er vielleicht nochmal die Hausaufgaben machen. Oder wenn er eine Rechenaufgabe nicht richtig gelöst hat, muss er sie von Neuem nochmal machen. Vielleicht nicht sofort im Karma. Es kann auch in ein paar Wochen, Monaten oder Jahren geschehen. Manche erleben es ja, dass sie immer wieder in die gleiche Situation kommen. Und vielleicht soll das heißen, du hast bisher diese Situation noch nicht richtig verarbeitet. Lerne es, die richtigen Lektionen dort heraus zu ziehen. Bei dem Aspekt der Evolution heißt es eben auch, wenn schlimme Dinge passieren, wir müssen nichts Schlimmes gemacht haben. Wenn anderen Menschen etwas Schlimmes passiert, sie müssen nichts Schlimmes gemacht haben. Sie erleben nur gerade eine Lektion und leider lernen wir eben auch durch Leiden. Und leider gehört zu den Lernlektionen auch Umgang mit unglaublich schlimmen Leiden dazu. In diesem Sinne, wenn du leidende Menschen siehst, hilf ihnen. Versuch ihnen, sie zu unterstützen beim Umgang mit diesem schweren Leiden. Und mache ihnen keinen Vorwurf im Sinne von, du musst was Schlimmes getan haben, sondern zeige Mitgefühl. Du weißt nicht, ob die gleiche Lektion auch auf dich wartet. Und vielleicht hast du sie auch schon hinter dir in diesem Leben, früheren Leben. Vielleicht weißt du, was es heißt, diese schweren Lektionen zu bekommen. Das fünfte Untergesetz ist das Gesetz der Gnade. Gnade bedeutet, wenn du intensiv zu Gott betest und sagst, bitte hilf mir, dass ich zügig die Erleuchtung erlange. Bitte hilf mir, dass ich dich erfahre. Dann wird die Gnade kommen als zusätzliche Situationen, die dir helfen, schneller zu wachsen. Insofern ist Gebet eine eigene Kraft, Agami Karma. Es braucht eine Weile, bis ein Gebet erhört wird. Und dann manifestiert sich anschließend das Gebet in einer außerordentlichen, besonderen Situation. Die kann eine außerordentliche Herausforderung sein. Es kann aber auch sein, dass anderes Schwieriges von selbst verschwendet, weil du durch große Inspiration und vielleicht auch durch große Hingabe, durch die Gnade Gottes, eine Lektion schneller erlebst und schneller verstehst, als du sie anders verstehen würdest. Der fünffache Sinn im Leben. Warum sind wir überhaupt in dieser Welt? Und was soll das ganze Karma? Letztlich auch, wie wachsen wir spirituell? Wie können wir unser Karma überwinden? Darum geht es, wenn es um das Thema geht, fünffacher Sinn im Leben. Ich fasse gerne das, was in Patanjali Yoga Sutra und in der Bhagavad Gita steht und das, was Swami Sivananda im Buch Inspiration und Weisheit im Kapitel Karma schreibt, in fünf Aussagen zusammen oder fünf Verben. Es geht um fünf Dinge in diesem Leben, über die wir wachsen können. Deshalb sind wir auf der Welt. Und letztlich das Karma hat die Aufgabe, uns diese karmischen Aufgaben zu geben. Und wenn wir diese gut erledigen, dann können wir zügiger zur Verwirklichung kommen. Man könnte auch sagen, diese fünf beschreiben insbesondere das Gesetz der Evolution. Wie entwickeln wir uns? Wir entwickeln uns, indem wir dem fünffachen Sinn des Lebens gerecht werden. Natürlich zum einen ist der Hauptsinn des Lebens spirituelle Entwicklung. Wir sind hier, um die Erleuchtung zu erlangen, die Einheit zu erlangen. Dafür sind wir hier. Und als solches können wir alles auch interpretieren. Was auch immer kommt, sei dir bewusst, das ist da, damit du dich spirituell entwickelst. Wenn in einen Stau gerätst, dann ist das nicht irgendwo nur böses Schicksal, ist nicht nur irgendwie die Unfähigkeit von irgendwelchen Verantwortlichen, die Bauarbeiten klüger zu machen, sondern es ist dafür da, dass du spirituell dich entwickelst. Und das ist eben das Wichtigste überhaupt im Umgang mit allen Situationen, die kommen. Der Bewusstsein, was auch immer kommt, ist da als Aufgabe, dass du dich spirituell entwickeln kannst. Wie kannst du dich spirituell entwickeln? Zum einen, indem du lernst. Du kannst dich auch öfters fragen, was lerne ich daraus? Und du kannst auch bewusst lernen. Wir sind hier auf dieser Welt, um zu lernen. Lerne bewusst. Gib dich nicht zufrieden mit dem, was du gelernt hast. Bleibe neugierig. Zum einen heißt es natürlich, versuche zu lernen aus den Aufgaben. Aber auch einfach habe einen weiten Geist und lerne weit. Manches, was du in deinem Geist lernst, brauchst du nachher nicht mehr physisch zu erleben. Aber vieles lernst du auch, indem du es erfährst. Vieles, was kommt, ist einfach da, um dir die Erfahrungen zu machen. Es mag sein, dass du plötzlich mal ein absolutes Scheitern erlebst. Etwas, was du Monate intensiv angegangen bist. Alles umsonst. War es wirklich umsonst? Nein. Vielleicht solltest du die Erfahrung des vollständigen Scheiterns machen. Und das ist der Sinn von dem Ganzen die Erfahrung des Scheiterns. Oder die Erfahrung eines Verlustes. Oder jemand ist absolut ungerecht gegenüber dir. Vielleicht ist die Aufgabe zu lernen, das, wie es ist, ungerecht behandelt zu werden. Nächster Sinn des Lebens ist, Kräfte entfalten, Fähigkeiten zu entfalten. Am Yogi geht es bei aller yogischen Gelassenheit nicht darum, ein Halbleben zu führen, irgendwo zu lernen, mit allem zufrieden zu sein. Sondern es geht auch darum, dass wir Fähigkeiten und Kräfte entfalten. Patanjali sagt im Yoga Sutra, der Grund, weshalb die Seele in dieses Manifesto Universum geht, ist, um die Kräfte zu erfahren, die in ihm selbst und in der Natur stecken. Daher entfalte bewusst deine Fähigkeiten und frage dich manchmal in einer Situation, welche besonderen Fähigkeiten in mir werden hier rausgefordert. Anstatt zu sagen, das ist nicht mein Ding, damit will ich nichts zu tun haben. Sondern schaue, welche Fähigkeiten und Kräfte wollen sich hier entfalten. Und der fünfte Sinn des Lebens ist bewirken. Wir sind in diese relative Welt hineingeworfen, um etwas zu bewirken im Ganzen. Wir haben Aufgaben, die wir bewältigen sollen. Und so gilt es immer wieder auch zu fragen, oh Gott, welche Aufgabe habe ich? Bitte zeige mir, was zu tun ist. Und immer wieder auch zu fragen, um Gutes zu bewirken, was ist hier meine Aufgabe? Wenn du diese fünf beachtest, dann entwickelst du dich gut. Geh davon aus, was kommt, hilf dir, dich spirituell zu entwickeln. Sei neugierig und lerne. Denn manches muss sich nicht massiv physisch manifestieren, wenn du subtil genug überlegst, welche Lernlektion steckt für mich dort. Sei bewusst in der Erfahrung. Erlebe, was du erlebst, bewusst und vielleicht auch intensiv. Auch dann braucht sich die Erfahrung nicht unbedingt neu immer wieder zu manifestieren. Entfalte deine Fähigkeiten. Bleibe nicht in deiner Komfortzone. Immer wieder überlege, welche Fähigkeiten sollen in mir entfaltet werden. Und sei aktiv. Bewirke etwas Gutes. Wirke für das Gutes in der Welt. Dann schreitest du gut voran. Und so wirst du der Aufgabe gerecht. Insbesondere kannst du dich so gut entwickeln. Kollektives Karma. Manchmal kommt die Frage auf, gibt es so etwas wie ein kollektives Karma? Ein Karma für ein ganzes Land, ein Karma für eine ganze Zivilisation. Letztlich ist der Begriff des Karmas gekoppelt an ein Individuum, das Erfahrungen macht. Deshalb ist in den indischen Schriften von einem kollektiven Karma nicht die Rede. Sondern es ist vielmehr so, dass jedes Individuum sein Karma erntet, aber dass Menschen sich gemeinsam zur gleichen Zeit inkarnieren und in eine ähnliche Situation kommen, um ihre Lektionen auszuarbeiten. Also wenn in einem bestimmten Land Katastrophen geschehen, das ist nicht deshalb, weil der entsprechende Staat vielleicht vor 100 Jahren sich falsch verhalten hat, sondern es ist deshalb, weil Menschen aus früheren Leben jetzt eben sich gesammelt haben, um jetzt hier gemeinsames Karma auszuarbeiten. Also mindestens der Yoga-Vedanta-Begriff des Karmas kennt nicht so etwas wie Kollektivschuld und sagt nicht, dass es der Fehler eines Volkes ist, wenn ein Volk jetzt leidet. Sondern es gibt Individuen, die sich dort vielleicht aus verschiedenen Gegenden manifestieren, um jetzt gemeinsames Karma auszuarbeiten. In diesem Sinne, wenn viele Menschen etwas gemeinsam erfahren, könnte man von kollektivem Karma sprechen. Aber es gibt keine Kollektivschuld eines Landes oder eines Volkes. Letztlich auch ein interessanter Gedanke im Gesetz des Karmas und Reinkarnation ist auch, dass Menschen sich eben nicht in der gleichen Zivilisation, der gleichen Gegend wieder und wieder inkarnieren. Der Swami Vishnu Devananda, der Meister, bei dem ich gelernt habe, hat gerne gesagt, ihr wisst nicht, wo ihr im früheren Leben wart. Vermutlich war jeder schon mal irgendwo Indianer in Südamerika, war mal Aborigines in Australien, war mal im afrikanischen Busch, war mal Zigeuner, war mal irgendwo in Sibirien, irgendwann mal im China, in Indien und so weiter. Zwar waren wahrscheinlich Menschen, die in diesem Leben besonders angezogen sind von Yoga, in den letzten Leben in Indien gewesen und haben dort Yoga geübt oder vielleicht auch schon im Westen und haben im Westen Yoga geübt. Yoga gibt es ja schon seit dem 19. Jahrhundert im Westen, aber insgesamt inkarnieren sich Menschen in unterschiedlichen Zivilisationen. Deshalb, wenn man zum Beispiel die Frage hört, sollte ein Westler nicht westliche Spiritualität üben, müsste man antworten, woher weißt du, dass du im letzten Leben Westler warst? Wahrscheinlich waren wir alle schon in so vielen Zivilisationen. Ist mindestens ein schöner Gedanke, um Geschwisterlichkeit und Brüderlichkeit zu allen Menschen überall zu pflegen im Bewusstsein. Wir sind alle miteinander verbunden. Schuld, Unrecht, Leid und Sühne. Gesetz des Karmas kann einem auch helfen, mit Schuld, mit Unrecht, Leid und Sühne umzugehen. Wenn du handelst, machst du dich auch schuldig in einem Sinne verstanden. Manchmal lädst du Schuld bewusst auf dich. Du schadest einem Menschen bewusst. Aus irgendeiner Emotion heraus, sei es aus einer Gier, aus Ärger und so weiter, tust du anderen etwas Schlimmes an. Das ist etwas, was durch das Gesetz der Kompensation irgendwann auf dich zurückfällt. Du machst dich auch manchmal scheinbar schuldig, indem du nach bestem Wissen und Gewissen handelst und anderen trotzdem Schlimmes antust. Es kann passieren, dass du zum Beispiel mit deinem Auto unter Beachtung der Vorfahrt und der Geschwindigkeitsbegrenzung und vielleicht auch bei voller Achtsamkeit die Straße entlang fährst und plötzlich rennt ein Kind vor dein Auto, das du unmöglich hättest sehen können. Hier würden die Yogis sagen, du hast dich nicht wirklich schuldig gemacht. Um schuldig zu sein, braucht es den bewussten Vorsatz, einen anderen Mensch zu schädigen. Im Karma des Kindes war es, das zu erfahren. Auch in deinem Karma ist es, zu erfahren, wie durch dein Auto, und letztlich damit auch durch dich einem anderen Wesen schwerer Schaden angetan wird oder sogar stirbt. Das wird dich prägen, das wird einen Einfluss auf dein Leben haben. Nicht du bist schuld, aber du erfährst eine Aufgabe, eben damit auch fertig zu werden. In diesem Sinne kann dir das Gesetz des Karmas helfen, mit Schuld umzugehen. Was du anderen antust, obgleich du eine gute Absicht hattest, damit machst du dich nicht schuldig, sondern du hast nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt. Lasse los, du warst ein Instrument in den Händen anderer. Wenn du anderen etwas Schlimmes angetan hast und das bewusst getan hast und im Kaufnahme oder sogar im Wunsch, den anderen etwas Schlechtes zu tun, dann gibt das Karma zurück für dich. Du könntest, wenn du das plötzlich bereust, könntest du probieren, es gut zu machen. Wenn möglich, den Schaden gut zu machen gegenüber dem Menschen, dem du Schlimmes angetan hast. Wenn das nicht möglich ist, sei es, weil der das nicht will, sei es, weil er nicht erreichbar ist, dann hilf anderen Menschen, die in einer schwierigen Situation sind. In diesem Sinne bereue es innerlich und dann leiste aktiv Sühne. Und damit kannst du das Karma mindestens wieder aufheben. Und ansonsten sei einfach bereit, dass das Karma auf dich zurückkommt. Du musst nicht für den Rest deines Lebens mit Schuldkomplexen leben. Es wird zu einem Ausgleich kommen. Und es kommt dann noch dazu, du kannst keinem Menschen etwas antun, was nicht irgendwie in seinem Karma angelegt ist. Zwar hast du eine Verantwortung für etwas, was du anderen bewusst angetan hast, aber du brauchst nicht, deinen Geist zu zermatern und mit Schuldkomplexen durch die Gegend gehen. Letztlich, du kannst niemandem antun, was nicht in seinem, ihrem Karma ist. Und auch du selbst musst nicht anderen dauerhaft grollen. Auch andere tun dir Schlimmes an. Und das gibt es zwei verschiedene Arten. Es gibt Menschen, die es gut meinen und Schlimmes tun. Sie sind in jedem Fall zum Instrument deines Karmas gewesen. Das, was du erfährst, ist in deinem Karma, um zu wachsen. Eventuell musst du diesen Menschen Lichtgedanken schicken und ihnen helfen, damit umzugehen, dass sie dir vielleicht Schlimmes angetan haben, ohne dass sie es wollten. Und dann gibt es die Gruppe von Menschen, die dir Schlimmes angetan haben, bewusst angetan haben oder es hätten wissen können, dass das Schlimmes ist. Es gibt Menschen, die traumatische Erfahrungen als Kind haben. Es gibt Menschen, die aus ihrem Job rausgemobbt wurden. Es gibt Menschen, die ein Unternehmen aufgebaut haben und das mit Betrug vernichtet wurden. Es gibt Menschen, die anderen physisch Schlimmes antun. Es gibt Menschen, die so viel grässliche und schlimme Sachen machen. Und auch wenn wir jetzt in Mitteleuropa gerade in einer Zeit leben, wo die Kriminalität relativ gering ist, geschieht dennoch so viel Unrecht Menschen und machen Menschen so viel Schlimmes. Hier gilt der, letztlich die Aussage, Karma kümmert sich darum. Du musst kein Racheengel sein, kein persönlicher Racheengel. Wenn möglich, verhindere Kriminalität. Samir Vishnu hat gerne gesagt, schließ dein Auto ab, schließ deine Tür ab und sorge dich darum, dass du deine Wertsachen sicher hältst, schon um zu verhindern, dass du anderen die Gelegenheit gibst, sich selbst schlechtes Karma aufzuhalsen. Also kümmere dich, um die Sicherheit deines Besitztums nicht aus Angst, es zu verlieren, sondern um zu verhindern, dass andere schlechtes Karma bekommen. Das ist eine andere Denkweise. Und natürlich gilt auch, wenn du in der Strafverfolgung bist, im Justizwesen, in der Polizei, dann hast du bestimmte Aufgaben. Und wenn du denkst, dass ein anderer Mensch es anderen auch antun könnte, dann melde es Polizei und Staatsanwaltschaft. Aber du brauchst nicht zu der Racheengel zu spielen. Und du selbst kannst nur das angetan bekommen von anderen, was in deinem Karma ist und was letztlich auf irgendeine Weise dir die Erfahrung gibt, die du brauchst, um spirituell zu wachsen. In diesem Sinne, Leiden hat einen Sinn. Und du brauchst nicht, anderen Menschen auf Dauer zu grollen. Jesus hat es mal in der Bibel so gesagt, es muss ja Übles kommen, aber weh dem, durch den es geschieht. Du musst auch durch Leid lernen. Und manchmal muss das, damit du Leid erfahren kannst, muss dir jemand anders dieses zufügen. Wenn er oder sie das bewusst getan hat, aus einer negativen Intention heraus, wird er oder sie dafür schlechtes Karma ernten. Aber dir hat er oder sie letztlich geholfen, dass du spirituell wachsen kannst. Und so kann das Gesetz des Karmas, ein gutes Verständnis des Karmas, dir helfen, mit Schuld, Sühne, Leid, Ungerechtigkeit besser umzugehen. Richtige und falsche Entscheidungen vom Standpunkt des Karmas. Als spiritueller Mensch willst du natürlich richtige Entscheidungen treffen. Du willst das Richtige tun. Wie triffst du eine gute Entscheidung? Ich habe schon öfters gesprochen über spirituelle Entscheidungsfindung. Und das ist auch eines der großen Themen der Bhagavad Gita. Und die Beschäftigung mit der Bhagavad Gita und damit auch, wie man Entscheidungen trifft, wird ein wichtiges Thema sein, als künftiger Vorträge. Aber hier gilt es im Wesentlichen zu erkennen, richtige Entscheidungen sind Entscheidungen, die du triffst, im Wunsch Gutes zu bewirken. Bete bitte um Führung. Betrachte alle ethischen Gesichtspunkte. Und dann tue das, was du von der Tiefe heraus für das Richtige hältst. Wenn du eine gute Intention hast und Gutes bewirken willst und nach bestem Wissen und Gewissen eine Entscheidung getroffen hast, war die Entscheidung in jedem Fall richtig. Das Kriterium, ob eine Entscheidung richtig war, ist nicht der Erfolg oder Misserfolg. Du kannst die richtige Entscheidung getroffen haben und nachher geht alles schief. Du solltest vielleicht die Erfahrung machen des Misserfolgs, des Scheiterns, des Zusammenbrechens. Und damit du diese Erfahrung haben konntest, musstest du die entsprechende Entscheidung treffen. Lass also los, triff die Entscheidung nach bestem Wissen und Gewissen. Lass los, setze die Entscheidung um und was nachher bei rauskommt, liegt nicht mehr in deiner Hand. Gesetz des Karma, Freiheit oder Determinismus? Das ist eine der uralten philosophischen Fragen. Haben wir Freiheit oder ist alles vorherbestimmt? Das Gesetz des Karmas gibt hier einige Gesichtspunkte. Und diese will ich nochmal angehen anhand der drei Phasen des Karmas und anhand der fünf Untergesetze des Karmas. Determinismus. In einiger Hinsicht sind wir nicht frei. Zum einen, wir haben die Lernlektionen, die alle noch vor uns sind. In diese physische Welt inkarniert zu werden, heißt, es gibt Lektionen zu lernen. So ähnlich wie ein Kind, das in die Schule kommt, in die Grundschule, muss lesen, schreiben, rechnen, lernen, etwas über Heimatkunde und anderes. Das ist wie das Sanchita-Karma. Also bestimmte Dinge sind da, die wir erfahren sollen. Prarabda-Karma, das, was wir jetzt erfahren, ist auch bis zum gewissen Grad vorherbestimmt. Bestimmte Teile des Sanchita-Karmas kommen in diesem Leben. Wir müssen sie erfahren. Wir können bei manchem nichts ändern. Es kommt einfach. Wir haben aber Freiheit, inwieweit wir Sanchita-Karma erzeugen. Wir können gesund leben. Und damit schaffen wir neue Wirkungen. Und das wird eine Gesundheitswirkung haben. Wir können geschickt und liebevoll mit anderen kommunizieren. Und das wird auch eine Wirkung haben. Wir können uns beruflich geschickt engagieren. Auch das wird eine Wirkung haben. Wir können unsere Gedankenkraft nutzen und damit positive Samen säen, die wir später ernten können. Wir können mit den Aufgaben des Lebens umgehen, mit dem Wunsch zu lernen. Gesetz der Evolution. Und den fünffachen Sinn des Lebens gerecht werden. Das heißt, wir haben die Freiheit, schneller zu lernen. Und indem wir schneller lernen, können wir schneller wachsen. Und manchmal, wenn wir einen subtilen Geist haben und bewusst durch die Welt gehen, muss sich manches Prarabdha-Karma nicht so grobstofflich manifestieren. Und es muss sich nicht immer wieder manifestieren. Vielleicht haben wir die Lektion zügiger verstanden. Wir können auch auf das Gesetz der Kompensation einwirken. Wenn wir wissen, wir haben etwas Falsches gemacht, mit einer falschen Motivation, können wir uns selbst entscheiden, den Schaden wieder gut zu machen. Wir können es bereuen, wir können tätige Nächstenliebe üben und wir können versuchen, es gut zu machen. Und natürlich können wir dafür sorgen, dass wir künftig nichts mehr tun, um anderen Schlimmes anzutun. Und so können wir das Gesetz der Evolution gut nutzen und haben wir eine Freiheit. Und wir haben die Freiheit, uns ganz an Gott zu wenden. Wenn wir uns an Gott wenden, wird das ganze Karma nochmal auf andere Weise ablaufen, damit wir zügiger zur Verwirklichung kommen. Wir haben auch eine gewisse Freiheit, zu entscheiden, welcher Teil des Sanchita-Karmas wir zunächst erfahren. Du kannst dich für nichts entscheiden, für das du kein Karma hast. Aber du hast eine gewisse Freiheit, in welchem Kontext du Karma erfährst und auch eine gewisse Freiheit, in welcher Reihenfolge. Du hast ja zum Beispiel die Freiheit, eine Yogalehrerausbildung zu machen oder nicht. Nichts zwingt dich dafür, dazu. Wenn du aber kein Karma für eine Yogalehrerausbildung hast, dann magst du dich anmelden wollen, es kommt was dazwischen. Oder wenn jetzt noch nicht der Moment ist, vielleicht erst in zwei Jahren, dann magst du es jetzt wollen, aber es klappt nicht. Aber du könntest dich auch entscheiden, dich nicht für keine Yogalehrerausbildung mitzumachen, selbst wenn es in deinem Karma möglich wäre. Vielleicht kommt das dann zu einem späteren Zeitpunkt. Und so hast du immer wieder Entscheidungen, die du treffen kannst. Aber du kannst dich nur für etwas entscheiden, wofür Sanchita-Karma da ist, das in diesem Leben zu Prarabda-Karma werden wird. Und so hast du einiges an Freiheitsgrade, aber auch einiges ist vorherbestimmt. Und teile ist eben tatsächlich so, Karma manifestiert sich, manches Karma manifestiert sich zu einem bestimmten Zeitpunkt deines Lebens und du kannst gar nichts daran ändern. Auf anderes hast du Einfluss und insbesondere hast du auch Einfluss, mit welcher Einstellung du dort rangehst. Und du kannst ganz bewusst daran arbeiten, eine Einstellung zu haben, lernen zu wollen und bei allem, was kommt, Gutes bewirken zu wollen. Die Bande des Karma überwinden. Letztlich geht es im Yoga nicht darum, nur in Anführungszeichen positive Dinge zu erleben und dafür Positives zu schaffen. Sondern im Yoga geht es darum, alle Verhaftungen zu überwinden, Gottverwirklichung zu erreichen. Im Karma-Yoga, dem uneigennützigen, verhaftungslosen Dienen, geht es darum, alle beschränkten Dinge zu überwinden, dich nicht zu identifizieren, alles Gott darzubringen und nichts zu wünschen. Ein Karma-Yogi überlegt tatsächlich, was sind meine Aufgaben, was kann ich lernen, wie kann ich etwas bewirken, wie kann ich meine Fähigkeiten kultivieren, all diese Fragen, ja. Und dann tut der Karma-Yogi, die Karma-Yogini, alles, was dafür notwendig ist, aber ohne etwas dafür zu erwarten und sogar ohne zu denken, ich bin der Handelnde. Du kannst dir bewusst sein, du bekommst Aufgaben, die im Rahmen des kosmischen Ganzen wichtig sind, im Sinne von bewirken. Du bekommst Aufgaben, an denen du lernen kannst. Was dabei rauskommt, hängt nicht an dir. Und dir können Aufgaben gegeben werden, sie können dir genommen werden. Und egal, wie gut du etwas tust, es kann jederzeit wieder im Desaster enden. Wenn du verhaftungslos dienst, als Instrument dienst, uneigennützig dienst und jederzeit bereit bist, loszulassen, in Erfolg und Misserfolg, in Lob und Tadel der gleiche bleibt, dann wirst du die Bande des Karmas und des Handelns überwinden. Und dann heißt es, wenn du Nirvikalpa Samadhi erreicht, Asam Pragnada Samadhi erreichst, die höchste Verwirklichung, dann bist du vom Karma befreit. Weil du die Einheit mit allem erfahren hast, schaffst du kein neues Karma, kein Agami-Karma. Weil du eigentlich alles gelernt hast, was es zu lernen gilt, verbrennen die Samen des Sanchita-Karma. Nur die Teile des Prarabdha-Karmas, die begonnen haben, Früchte zu tragen, die gehen weiter. Und deshalb heißt es zum Beispiel, dass auf Asamsakti, das heißt der Erleuchtung im ersten Stadium, die fünfte der Bumikas, dass du weiter ein scheinbar normales Leben haben wirst. Nur, du schaffst kein neues Karma mehr, Sanchita-Karma ist zu Ende, Prarabdha-Karma läuft weiter ab. Und dann geht es eben weiter mit Padatha, Bhavana und dabei sind sogar das Prarabdha-Karma weitestgehend zu Ende. Und ist es ganz zu Ende, dann landest du in Thuryaga, der Ebene von dauerhaftem Thuryaga. und du verschmilzt mit dem Absoluten. Ja, das war einiges zum Thema Karma. Ich möchte darauf hinweisen, dass all diese Themen von Karma genauer behandelt werden im Buch Karma und Reinkarnation, das ich geschrieben habe. Du findest das Ganze auch auf den Internetseiten genauer beschrieben. Und es gibt auch jede Menge von Einzelvorträgen zu allem, was ich eben gesagt habe. Es gibt Einzelvorträge zu Sanchita-Karma, für Agami-Karma, für Prarabdha-Karma, für fünf Untergesetze des Karmas, fünffacher Sinn des Lebens, Karma-Yoga und vielem anderen. Dies war jetzt eben ein großer, überblickartiger Vortrag, der so die wichtigsten Aspekte des Karmas, wie ich sie verstehe, in einem Vortrag zusammenfasst. Ja, das war's für heute. Mein Name, Sukadev, von www.yoga-vidyap.de Hinter der Kamera Nanda. www.yoga-vidyap.de Vielen Dank.